Das Klima oder der Klimamytos vom globalen Klimawandel, ja das ist wahr, das ist ein Mythos, weil es gibt nur lokales Wetter und dieses lokale Wetter kann jeder beobachten, also ist das auch beweisbar, prüfbar, nachvollziehbar. Das Klima etymologisch für ein bestimmtes Gebiet alljährlich wiederkehrender und daher charakteristischer Witterungsablauf übertragen Atmosphäre, Stimmung, Beziehungen zwischen Personen und Staaten. Das Klima auf Wikipedia ist der mit meteorologischen Methoden ermittelte Durchschnitt der dynamischen Prozesse in der Erdatmosphäre. Als Zusammenfassung der Wettererscheinungen kleinräumiger Örtlichkeiten, Meso- bzw. Regionalklima oder bezogen auf kontinentale Dimensionen Makroklima, einschließlich aller Schwankungen im Jahresverlauf und basierend auf einer Vielzahl von Klimaelementen. Wetter und Klima, zwei unterschiedliche Dinge, auf br.de. Wetter ist das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort in der Atmosphäre passiert. Das lässt sich beobachten und messen. Die Sonne scheint, Wolken ziehen über den Himmel, der Wind weht, es regnet oder es schneit, es ist warm oder kalt. Das Wetter lässt sich inzwischen für den nächsten Tag ziemlich gut vorhersagen, mit jedem Tag danach wird die Prognose aber immer unsicherer. Eine Prognose über das Wetter in einigen Wochen ist deshalb unmöglich. Das sagen sie hier, aber eben, wenn man das Wetter selbst kontrolliert, dann kann man natürlich auch Prognosen machen über mehrere Tage in die Zukunft. Das Klima ist dagegen das durchschnittliche Wetter über einen langen Zeitraum. 30 Jahre sind z.B. eine Zeitspanne, die Klimawissenschaftler oft für Vergleiche nutzen. Oft und z.B. Bestimmen lässt sich das Klima mit Wetterbeobachtungen, die über Jahrzehnte gesammelt und statistisch ausgewertet werden. Das ist das Klima. Und wenn wir vom globalen Klimawandel sprechen, dann müsste man die Parameter für diese statistische Auswertung anpassen. Das heisst, wir haben heute oft z.B. 30 Jahre als Vergleichsperioden angegeben. Und wenn wir sagen, nein, wir machen nicht mehr 30 Jahre, sondern 20 Jahre, dann haben wir das Klima gewandelt. Weil wir die Parameter für die statistisch, für die Durchschnittswerte anpassen und darum auch dann an ein anderes Ergebnis kommen. Ja, da gibt es das Sprichwort, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und so funktioniert der Klimawandel. Aber eben, der existiert ja gar nicht, weil das, was sich verändert, ist das Wetter. Was ist das Klima auf admin.ch? Der Begriff Klima beschreibt den mittleren Zustand und den Schwankungsbereich von Größen wie Temperatur und Niederschlag in einer Region über einen Zeitraum von 30 Jahren. Also Sie sind hier konkret, Sie nehmen das nicht als Beispiel, sondern das ist definitiv und auch nicht nur oft, 30 Jahre ist der Parameter für die Vergleichswerte. Unter Klima versteht man die statistische Beschreibung der Gesamtheit aller Wetterabläufe an einem bestimmten Ort über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Da hat es noch weitere Links, Klima der Schweiz, Klimafakten, Normwertkarten der Schweiz und so definiert sich das Klima für die Schweiz und das hat sich nicht verändert. Aber dennoch gibt es diese Propaganda von Klimawandel, Klimakrise und globaler Erderwärmung. Das ist ja genau das Problem, dieser Aktionismus, der da aufgerufen wird und durch diese Aktionen, die man macht im Glauben, dass man da etwas verändern kann, macht man es aber eigentlich nur noch schlimmer. Also record-breaking heat, floods, storms, drought und sonst noch irgendetwas. Climate crisis auf Wikipedia is a term described global warming and climate change and their impacts. Also climate crisis ist nur ein Begriff, mit dem man eben verstehen will, der Klimawandel, den haben wir jetzt gerade aufgedeckt, dass das gar nicht gibt. Und global warming werden wir dann noch anschauen, wie die globale Erderwärmung funktioniert. Scientists deliver final warning on climate crisis, act now. Und eben hier wieder dieser Aktionismus, Aktivismus, was dann schlussendlich eben das Ganze noch schlimmer macht, sofern man dann überhaupt von einer Krise sprechen will. Climate crisis auch auf un.org. A race we can win. United Nations ist in einem Rennen beteiligt, wo sie glauben, sie können gewinnen. Learn about climate crisis auf NORDC. Climate change is a reality. Nein, ist es eben nicht. And we are experiencing its impacts now. Also wir erfahren den Impact vom Wettermachen, Wetterwandel. Climate change is a crisis. How did we get here, Science? Climate change is a crisis, weil man es als das bezeichnet. Solange man das nicht tut, ist es auch nicht. The planet's average surface temperature has risen by at least 1.1 degrees Celsius since pre-industrial levels of 1850 to 1900, because people are loading the atmosphere with heat-trapping gases. Ja, aber wir werden da noch sehen, wie die Erderwärmung wirklich funktioniert. The Guardian, Climate crisis explained in 10 charts. November 23 und dann unten Climate nochmals, aber im November 21. Also haben sie denselben Post oder zumindest mal den Titel doppelt verwendet. Und eben Propaganda. Dann haben wir ein Beispiel, womit wir aufzeigen wollen, wie der Klimawandel respektive, eben nicht der Klimawandel, sondern die Erderwärmung stattfindet. Und zwar stellen wir uns einen Wald vor. Der ist gut 500 Quadratkilometer groß. Wir haben keine Vorstellung davon, was das für eine Fläche darstellen soll. Aber wir rechnen mit diesen 30 Jahren Messungsperiode. Das heißt, wir verteilen in diesem Ort, an diesem Ort, 500 Quadratkilometer, 100 Wärmesensoren, Wärmefühler, in regelmäßigen Abstanden verteilt. Und wir beginnen da zu messen. Und wir haben da ein angenehmes Klima im Wald, weil da genügend Büsche rumstehen, Bäume, die Schatten spenden. Und mit ihrem Laub und Blätter können sie da kühlen Wind durch den Wald transportieren, dass es wirklich angenehm ist, sich darin aufzuhalten. Jetzt will man aber den globalen Klimawandel und die Erderwärmung propagieren. Und damit das funktioniert, muss man quasi beweisen, dass es wärmer wird. Und sie entscheiden dann, den Wald abzuroden. Und zwar in den letzten fünf Jahren, dieser 30 Jahre Messperiode, beginnen sie den Wald von gut 500 Quadratkilometer abzuholzen. Und wenn wir rechts schauen, in der Stadt, da gibt es noch Grünflächen, aber sehr, sehr wenig. Und wir sagen jetzt einfach mal so 95 Prozent des ganzen Waldes, von diesen 500 Quadratkilometer wird abgeholzt. In den letzten fünf Jahren, das heißt, dadurch, dass weniger Gebüsche dastehen, weniger Bäume sind, die Schattenspenden, weniger Blattgrün, der kühlen Wind durch diese Region tragen kann, sind diese Temperatursensoren, die ja immer noch da sind, die messen in den letzten fünf Jahren der Abholzung höhere Temperaturen, weil weniger Schatten vorhanden ist. Dann ist aber so, dass der Städtebau, der dauert etwas länger als das Abroden des Waldes. Und so ist es, dass wir weitere zehn Jahre investieren, um eben Straßen zu machen, Gebäude aufzuziehen. Und da hat man dann sehr viel Beton und Teer, was natürlich auch sehr wärmeaufnehmend ist, aber auch wärmereflektierend. Und die Gläser scheiben in den Gebäuden die reflektierende Sonnenstrahle auch. Und eben dahin, wo die Sensoren immer noch sind. Nur die Sensoren haben sich nicht verändert, sind einfach da. Aber was sich verändert hat, ist die komplette Umgebung der Sensoren. Also wir sind vom Wald, wo angenehmes Klima ist, zu der Stadt gekommen. Und innerhalb dieser Stadt ist es natürlich auch dann wärmer, weil weniger Blattgrün natürliche Schatten existieren. Und so haben wir eigentlich einen Vergleichswert von zehn Jahren, von diesen 30 Jahren, wo es wärmer geworden ist, aufgrund weniger Grünfläche. Und so ist es dann halt so, dass in der ganzen Periode von 30 Jahren das Ganze wärmer geworden ist. Also die Sensoren, die geben an, dass es wärmer geworden ist. Aber nicht, weil die Erde sich erwärmt als das, sondern weil wir vom Wald in die Stadt gegangen sind, respektive die Grünflächen eliminieren und Städte hochziehen. So funktioniert die globale Erderwärmung. Und ja, das ist schon menschengemacht. Das ist absolut so. Aber es hat nicht direkt mit den Gasen in der Atmosphäre zu tun, weil die Gase, das sind dann eher die Konsequenzen daraus, weil die Bäume, die würden eben diese Gase wieder reinigen, damit es Sauerstoff gibt. Aber wenn man dieses Blattgrün eliminiert und ersetzt mit Beton und Teer, dann ist es natürlich schon so, dass auch die Atmosphäre sich verändert. Klima, CO2, weiter im Klima-Mythos. Man kann sich ja mal fragen, wie viel CO2 denn wirklich da ist in der Erdatmosphäre, wenn man schon dieses CO2 so verteufeln will innerhalb der Propaganda. Scienceing.com sagt, Scientists expressed them as parts per million, also ppm, das ist die Maßeinheit. Und im März 2011, was gut 13 Jahre her ist, Carbon-Dioxide-Levels were at 391 ppm, which is 0.0391% of the atmosphere. This roughly corresponds to the mass of 3 trillion tons. After nitrogen, oxygen and water vapor and argon, Carbon-Dioxide is the fifth most abundant gas. Also 0,0391% ist CO2 in der Atmosphäre. Damals im März 2011. Dann climatecolumbia.edu im Juli 2019. You ask, if CO2 is only 0.04% of the atmosphere, how does it drive? Makes up only about 0.04% of the atmosphere, and water vapor can vary from 0 to 4%. But while water vapor is the dominant greenhouse gas in our atmosphere, it has windows that allow some of the infrared energy to escape without being absorbed, was auch immer das heißt. Aber sie bestätigen auch im Juli, Sommer 2019, dass es immer noch um diese 0,04% ist. Ja, is only about, also gerundet. Dann Wikipedia, Carbon-Dioxide in Earth Atmosphere. Im Mai 2022 schreiben sie, dass es 421 ppm ist, was hier in diesem Moment abgerundet 0,04% ist. This is an increase of 50% since the start of the industrial revolution. Up to 280 ppm during the 10 years prior. Also, wie sie das auch immer gemessen haben damals, aber der Anstieg ist minimal. World Atlas. The atmosphere is approximately 0.0% Carbon-Dioxide. Ja, es ist geschätzt. Earth Atmosphere. Air, Composition of Earth Atmosphere. Ein Artikel vom August 2018. Da ist N2, Nitrogen. Nitrogen macht aufgerundet 80%. O2, Oxygen, ist 21%. Argon 0,9%. Und CO2 ist bei 0,04%. Ja, 18, immer noch so. NTV.de. CO2 kurbelt Pflanzenmastum an und führt so zu weiterer Kohlendioxid. Pflanzen brauchen für ihren Stoffwessel, Kohlendioxid, eben dieses CO2, dass sie der Luft entziehen. Damit wirken sie dem Klimawandel entgegen, der vor allem auf erhöhten CO2-Werten in der Atmosphäre beruht. Also hier auch Mainstream im März 2022 sagt, dass CO2 gut ist für den Pflanzen und deren Wachstum. Kohlenstoffdioxid-Düngung auf Wikipedia. Kohlenstoffdioxid-Düngung. Die Kohlenstoffdioxid- oder kurz CO2-Düngung ist eine Düngungsmethode. Ja, und vielleicht habt ihr schon davon gehört, es gibt so Gewerkshäuser, die CO2, in denen man CO2 reinpumpt, damit eben diese Pflanzen besser wachsen, weil es gut für den Wachstum ist und für die Synthese. National Geographic-Umwelt im Mai 2019. Pflanzen absorbieren unser CO2, aber wie lange noch? Solange man noch Pflanzen hat, können sie das auch tun. Und solange man noch CO2 hat, kann es auch noch so funktionieren. Aber eben, wenn die Klimapropaganda ja sagt, nein, wir müssen CO2 eliminieren, dann werden die Pflanzen irgendwann absterben. Pflanzen an Land entziehen der Luft ungefähr 29% der Emissionen, die ansonsten zum Anstieg der CO2-Konzentration beitragen würde. Unsere Modellanalyse zeigt, dass die Rolle der Photosynthese für diese terrestrische Kohlenstoffsenke grösser ist, als es die meisten anderen Modelle, was auch immer. Ja, National Geographic. Wiederum NTV.de Jährlich 450 Milliarden Tonnen Pflanzen atmen CO2 ein. Dass Pflanzen das klimaschädliche Kohlendioxid zur Photosynthese benötigen, ist bekannt. Wie viel CO2 alle Pflanzen zusammen weltweit absorbieren, berechnet ein Forscher aus Jena. Okay, dann wieder National Geographic, Sürcher Studie. Bäume pflanzen ist der beste Klimaschutz. Ja, Bäume absorbieren massenhaft CO2. Bäume und im Grunde alle Pflanzen nutzen das Licht der Sonne, um bei der Photosynthese das CO2 aus der Luft und dem Wasser zu entziehen. Dabei entsteht Sauerstoff, den die Pflanzen in die Luft abgeben. Neben dem Kohlendioxid, dass die Bäume aus der, da haben wir es abgeschnitten, aber eben auch die Zürcher sagen, dass CO2 gut ist und die Bäume Freude daran haben. Dann weiter im Klimamythos. If Ocean Levels are rising, why can't we see? Da gibt es natürlich auch die eine Seite und die andere Seite, die sagen, ja, wir haben hier Bilder verglichen. Irgendwo 18, irgendetwas und dann ein neueres Bild und wir können den Anstieg des Meeresspiegels hier nicht erkennen. Und da kommt die Gegenseite und behauptet einfach, ja, das ist nicht der Beweis dafür, dass es nicht stattfindet. Wo leben? Man kann es ja sehen. Dann, if Ocean Levels weiter, was ist das? Das ist, glaube ich, Printscreen aus diesem Video. Könnt ihr selbst da nachschauen. Haben wir eine Bergkette mit Gletscher 2006 und zwölf Jahre später, dieselbe Bergkette primär von dem selben Winkel wieder, sieht man, dass da einiges weniger Gletscher ist. Und die logische Überlegung ginge ja dahin, dass wenn der Gletscher schmilzt, also das Eis, das vorhanden ist, flüssig wird zu Wasser und das Wasser dann absiegt, muss es ja irgendwo hin. Und die meisten denken, ja, es geht dann in die Meere, weswegen auch da dieses Modell, wenn New York City unter Wasser steht. Aber das ist ja nicht der Fall. Und dann gibt es da ein Bild von 1904, also mehr als 100 Jahre früher, von die Elbe, wie sie trockengelegt ist. Da gibt es fast kein Wasser mehr. Und dann ein paar Jahre später am selben Ort wieder fast kein Wasser. Also es hat gar noch mehr Wasser drin als damals im August 1904. Und heute kann man da schön Propaganda machen und sagen, das ist die Konsequenz des Klimawandels. Ja, also wir sehen hier Zyklen grundsätzlich vom Wetter oder von Zuständen der Situation, Wasserstand plus Bett, dass es immer wieder mal vorkommt, dass da fast kein Wasser drin ist. Dann ein anderes Bild. Wissen wir nicht gerade, wo das ist, aber wenn wir da die Ufer anschauen, sehen wir auch hier, also vor allem hinten bei der Brücke sieht man es gut. Könnte man sagen, ja, es hat etwas weniger Wasser als damals im Bild oben. Also nehmen wir sieben Jahre, dann wäre das 2016. Und wir sind selbst noch nie da gewesen, aber wir gehen davon aus, dass es immer noch kalt ist. Die Klimaschauspieler. Svante Arrhenius ist entfernt, verwandt mit der Klimagrete. Er selbst war Nobelpreis-Gewinner. Svante August Arrhenius was born on February 19, 1859, the son of Svante Gustav Arrhenius und Carolina Christina Thunberg. Greta is distantly related to Svante Arrhenius. Dann eben, dieser Svante Arrhenius hat den Nobelpreis gewonnen und die Klimagrete wird nominiert. But if she wins the prize, she won't be the first one in her family to do so. She is distantly related to Svante Arrhenius, a winner of the famous international prize according to a profile of the young woman in Union of Concerned Scientists. Wir werden das anschauen und versuchen zu prüfen, ob diese Aussage so korrekt ist. Aber eben, es ist mainstream fähig, also von dem her nehmen wir das einfach so hin. Dieser Svante Arrhenius ist ein schwedischer Chemist auf Enzyklopädie Britannica updated im Februar 2024. Svante Arrhenius born February 19, 1859 in Vick, Sweden, died October 1927 in Stockholm. Was a Swedish physicist and physical chemist known for his theory of electrolytic dissociation and his model of the greenhouse effect. Also er ist der Erfinder des greenhouse effekts von diesem Modell und damit ist er eigentlich der Urvater vom Klimawandel. Und er ist ja da auch in der zweiten Hälfte Industrialisierung geboren worden, also voll voll mittendrin. Und die sagen ja auch, dass dieser Klimawandel ja erst seit der Industrialisierung so massiv ist. Auf Wikipedia Svante August Arrhenius im Februar 1859 auf Schloss Vick, ja, also er ist da nicht irgendeiner, sondern ein Wohlhabender. Bei Uppsala war ein schwedischer Physiker und Chemiker. 1903 erhielt er den Nobelpreis für Chemie. Er wies nach, dass in Wasser gelöste Salze als Ionen vorliegen. Die Salze zerfallen im Wasser vielfach nicht vollständig in Ionen, sondern nur abhängig von der Konzentration zu einem bestimmten Prozentsatz. Arrhenius prägte hierfür das Wort Aktivitätskoeffizient. 1896 sagte er als erster eine globale Erwärmung aufgrund der anthropogenen Kohlendioxid-Emission voraus. Als erster. Und dann auf Wikipedia Englisch According to the Greenhouse Hypothesis Hypothesis Das ist nur eine Hypothese. Dieses Modell ist nur auf einer Hypothese basiert. It was sufficient to cause significant global warming. Also eben ohne dieses Modell zum Grünhauseffekt gibt es keine globale Erdwärmung. Und das ist der Typ, der das erfunden hat und dafür dann auch einen Modell Nobelpreis gewonnen hat. Und dann die Klimagrete. Greta Tintin Eleonora Enman Thunberg sehr viele Namen ist im Januar 03 geboren worden und ist eine schwedische Umweltsaktivistin. Ja, hier haben wir eben diesen Aktivismus. Known for challenging world leaders to take immediate action for climate change mitigation. Also ein Familie Business das sie da haben. Thunbergs Climate Activism began when she persuaded her parents to adopt lifestyle choices that reduced her family's carbon footprint. At age 15 Thunberg began skipping school on August 18. Ja, also eine Schulschwänzerin. Und dann auf Wikipedia weiter Greta to opera singer Marlena Ernmann and actors wanted Thunberg. Also ihre Eltern sind bekannte Namen und stehen in der Öffentlichkeit. Her parental grandfather was actor and director Olof Thunberg. Also nicht nur ihr Vater, sondern auch der Großvater, Vaterseits. War ebenfalls ein Schauspieler. Das sind alles Schauspieler. As explained by the week with the Thespian father and singer mother it is perhaps unsurprising that Thunberg also Greta has a slightly unusual name. Thunberg shares her second name with the adventuring creation of Belgian cartoonist Georges Remy better known as Herre. She has a young sister Beata. Und dann auf Cinei so eine Genealogie Webseite ist die Greta vertreten. Insofern hier bestätigt was auch auf Wikipedia steht aber ohne Gewerb. Dann Svante Thunberg ihr Vater Svante Svante Fritz Wilhelm Thunberg geboren im Juni 1969 als a Swedish actor author and father of the climate activist Greta Thunberg with his wife he wrote a memoir scenes from the heart later updated as our house is on fire also sie schreiben die Memoiren die Drehbücher die dann ihre Tochter zu vermarkten hat als Aktivistin Early Life Thunberg is the son of two actors also beide Eltern Olof Thunberg und Mona Anderson sind Schauspieler also es scheint da in der Familie zu liegen und was born in four years after his sister Amanda I had noch eine Schwester Amanda his name he is named after an ancestral cousin Svante Arrhenius winner of the Nobel Prize for Chemistry in 1903 ancestral cousin Gusset von früher ebenfalls auf dieser January Seite Svante Thunberg so sieht es aus Svante Fritz Wilhelm Ehrmann Thunberg Thunberg ist in Nacca Stolko in der Nähe von Stockholm geboren Sohn von Olof Thunberg Schauspieler and Private ja Private Mona Anderson wäre das Private Husband of Marlena Ehrmann das ist die Mutter von Greta Olof Thunberg im Mai 1925 bis Februar 2020 was a Swedish actor perhaps best known as the voice of the cartoon character Bamsey da haben wir sonst nichts markiert aber hat da die schwedische Übersetzung gemacht für Disney's Jungle Book und Jungle Book Khan und er war die Stimme von dem Tiger Shere Khan so sieht er aus und dann gibt es noch einen anderen Fritz Olof Thunberg nicht Olof einmal Fritz Olof später zumindest haben sie dasselbe Geburtsdatum Sohn Sohn Fritz Thunberg und Elsa Sophia Madsen Exhusband of Private Müsste dann eben diese Anderson sein with the actress Mona Anderson und daraus aus dieser Affäre oder Beziehung ist dann eben der Vater von Greta entstanden Vater auf Svante Thunberg Schauspieler Fritz Thunberg gibt es auch Fritz Thunberg als Ericsson Sohn von Eric ist aber im August 1889 geboren Sohn of Carl Gustav Ericsson und Augusta Margrethe Thunberg und das ist dann nicht entspannend wie das so funktioniert mit den Namen sie machen das so wie auch im Spanischen wo man die Namen der Eltern mit integriert in den eigenen und so dass dann weitergetragen wird Diese Augusta Margrethe Thunberg ist Erics Daughter also die Tochter von Eric aber wahrscheinlich dann eben angeheiratet Daughter of John Peter Johan Peter Thunberg und Maria Margrethe Svens Daughter also die Tochter von Sven Wife of Carl Gustav Ericsson Mother Fritz Thunberg Sister of Johan Oscar Thunberg Hier in dieser Linie scheint es keine Verwandtschaft haben mit der Grete weil das ist eben eine andere Linie Johann Peter Thunberg Nielsen aber die Namen Thunberg kommen da immer wieder vor also wir müssen ja das die Thunberg Linie sein Johann Peter Thunberg also ein Petterson Sohn von Peter und Johann Peter Thunberg ist der Sohn von Nils Carolina Christina Arrhenius wenn man eben die Linie nicht von unten nach oben geht sondern von oben nach unten dann haben wir hier so ein was ist das ein Zertifikat eine Bestätigung dass die Carolina Christina Arrhenius mit dem Thunberg sich zusammengetan hat oder umgekehrt herum sie ist eine geborene Thunberg hat sich aber mit Arrhenius zusammengetan Weif von Svante Gustav Arrhenius und dieser Gustav müsste dann eben der Vater sein von Bante August Arrhenius dem Nobelpreis Gewinner und das steht hier auch Svante Gustav Arrhenius der Vater vom Nobelpreis Gewinner 1885 geboren äh gestorben mit 71 Jahren in Uppsala Son of Gustav Isaac Arrhenius da sieht man da ist das H hinzugekommen respektive der Vater hatte dies noch nicht und er ist Vater vom Nobelpreis Gewinner und dann sind wir beim Klimakult angelangt diese Thunberg Arrhenius Verbindung ist ja doch spannend wenn man sich da mal hineinbegibt um auch zu verstehen wie lange das Ganze geplant ist das Ganze aufgebaut ist damit das ganze Narrativ auch grundsätzlich Sinn macht man muss einen Nobelpreis Gewinner in der Familie haben der etwas erfunden hat ein Modell hat und auf dieser Hypothese dann der Klimawandel oder die globale Erderwärmung beweisen kann oder herleiten auf Basis dieses Modelles und das muss natürlich auch vermarktet werden und das hat sich dann zu einem Klimakult ergeben also alle die dieser Propaganda folgen und da das Ganze super toll finden und mitmachen und ebenfalls Aktivisten werden oder zum Aktionismus aufgerufen fühlen und dann auch irgendetwas machen wie zum Beispiel CO2 Steuern zahlen wollen oder CO2 Abgaben als Kompensation ist alles Teil dieses Programms dieses Kultes wo man dann eben auch quasi wie sagt man dem Götzenanbetung machen kann ja wenn man CO2 Steuern zahlt oder diese Abgaben macht man Götzenanbetung und der FinancialPost.com hat da eine Meinung publiziert The Liberals are becoming a climate cult ja das ist wirklich so und der Telegraph CEO UK im Oktober 21 The climate change cult now owes more to religion than rationality das ist genau das und vielleicht fällt das einigen auch auf dass es eben ein Kult ist und nichts mit Umwelt Fürsorge zu tun hat ja Abfallentsorge und Abfall produzieren wenig Abfall einkaufen das sind Aktivitäten die jeder selbst machen kann um eben auch dagegen anzuwirken und zwar nicht gegen den Klimawandel und auch nicht gegen die Erdewärmung sondern einfach der Umwelt Sorge tragen dann weiter Hoover Institute Institution hat einen Artikel im April 2020 rausgegeben The Cult of Climatism ja der Glaube an den Klima The Religion of Global Warming Preaches Doom and Punishment even as its own high priests hatch their bets meanwhile its fearful furious dogmas make a cooperative response to climate change all but impossible dann eine andere webseite the climate change cult 10 warning signs ein Artikel von April 19 ein Jahr davor Earth Day 2019 is just a few days away da haben sich einige zusammengetan da haben sich verschworen vermacken das ganze und es ist sogar zum Kult geworden science fiction science fiction literarische utopie darstellung roman oder film einer zukünftigen welt auf wissenschaftlicher basis unlage übernahme 20 jahrhundert und gleichbedeutend im englischen science fiction 19 jahrhundert zu englisch science wissenschaft aus altfranzösischem science lateinisch scientia wissen kenntnis wissenschaft zu lateinisch science wissend kundig auf oetimon online science fiction als nomen in advertisements for air wonder stories magazine though there is an isolated use from 1851 see science and fiction earlier in same sense was scientification by 1929 werden wir noch anschauen utopie als erinnerung idealbild von gesellschaftlichen verhältnissen die nicht oder unter den gegebenen bedingungen nicht zu verwirklichen sind fantastische vorstellung wissenschaft organisierte form der erforschung sammlung und auswertung von kenntnissen zustand oder tatsache des wissens ist ja hier schon ein widerspruch in sich weil was bekannt ist wissen von etwas das durch studium erworben wurde information und eigentlich wissenschaft ist nur information also man ist information in der formation wie militär wenn man eben diese sogenannte wissenschaft glaubt oder dieses studium erworben hat aber wenn man durch studium erworben hat dann ist es mehr eine art idee haben von etwas weil das wissen erlebt man das wissen erfahrt man das ist kein zustand und die tatsache variiert auf basis der wahrnehmung auch gewissheit des wissens man ist sich gewiss dass das wissen da ist gewissheit gewissheit schlechte übersetzung weil der text links ist die übersetzung von rechts assurance of knowledge certitude certainty von alt französisch wissen lernen anwendung corpus des menschlichen wissens 12. jahrhundert sentia wissen einwissen sachkenntnis ja und dieses einwissen oder wissen im allgemeinen würden wir nicht sagen dass das plural fähig ist obwohl wir mehrere erfahrungen machen können mehrere erlebnisse haben können aber das wissen als das ist singular intelligent geschickt partizip präsens von sierre wissen wir haben eine etymologie episode gemacht über wissen könnt ihr reinschauen wie wir wissen sehen erfahren definieren weil wir sind hier nicht einverstanden mit der offiziellen variante fiktion die annahme unterstellung erdichtung das was im kopf erfunden oder erdacht wird von altfranzösisch fiktion täuschung list erfindung fabrikation 13. jahrhundert und direkt von lateinisch fiction nominativ fiktion ein gestalten oder vortäuschen substantiv der handlung aus dem prinzip partizip perfekt von fingere formen gestalten erfinden vortäuschen ursprünglich kneten aus ton formen ja und das ist ja spannend wenn man aus ton formt dann muss ja materie vorhanden sein plus wasser wissen wir ton und dann formt man irgendetwas und das was dabei herauskommt das ist dann eben die fiktion wir haben ebenfalls etymologie episoden gemacht über behauptung ja die behauptung wäre hier die unterstellung und der glaube ist hier die annahme und rechts haben wir natürlich das original aus etymol online that which is invented or imagined das heißt nur eine vorstellung im geiste und eine invention also eine erfindung dann gibt es das buch climate change 2001 the scientific basis ist ein buch das promotet wird von ipcc international intergovernment panel for climate change und hier sehen wir unten links auch ganz ganz klein das wmo logo eben von diesen wettermodifikationen contribution of working group to the third center was auch immer auf jeden fall in diesem buch haben wir einen ganz bestimmten begriff gesucht und diesen begriff haben wir mehrmals gefunden und das ist ja dann doch spannend weil die ipcc sind ja eigentlich die organisatorische promoter des globalen klimawandels und sie sagen schräg geschrieben kursiv geschrieben und danach the climate system is a coupled non linear chaotic system and therefore a long term prediction of future climate states is not possible was heisst all diese angstmacherei zustände des zukünftiges klima ist falsch sprich nicht möglich gemäss diesem buch den haben wir in diesem buch weitergesucht und da haben wir einen anderen kursiven text und nach diesem kursiven text it is not possible to estimate the number of anthropogenic ice nuclei at the present time except at cold wahrscheinlich während kalten Zeiten sprich winter es ist nicht möglich irgendetwas vorher zu sagen dann wieder kursiv geschrieben und nach dem kursiven text the climate system is a coupled nonlinear chaotic system and therefore the long term prediction of future exact climate states is not possible also das was dieser Arrhenius gesagt hat ist wirklich nur ein Modell eine Theorie eine Hypothese also nicht mal eine Theorie sondern nur Hypothese eine Annahme aber die IPC sagt IPCC sagt es ist nicht möglich unmöglich the some a strategy must recognize what it is what is possible in climate research and modeling we should recognize that we are dealing with a coupled nonlinear chaotic system and therefore that the long term prediction of future climate states is not possible also in diesem Buch das veröffentlicht wurde 2001 das war in etwa in dem Jahr in dem Al Gore seine Magnet Kepanne gestartet hat sagen sie mehrmals mehrfach dass es nicht möglich ist also was heißt das es ist Science Fiction der ganze globale Klebenwandel ist Science Fiction per Definition die globale Erderwärmung ist per Definition Science Fiction und wir haben ja auch aufgezeigt was das Klima ist wir haben aufgezeigt was die Erderwärmung ist und wie sie funktioniert also demnach globale ist nicht lokale Erderwärmung globales ist nicht lokales Klima es gibt nur lokales Fetter das ist für jeden und jeder überprüfbar sprich es gibt keine globale Erderwärmung es gibt kein globales Klima alles Fake alles Fakery alles Science Fiction per Definition Fakery 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 Untertitelung des ZDF, 2020